Was nennen sie dich, Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Wenn ihr in der Timeline schaut, solltet ihr auch in eurem Spiel die Einstellungen auf chronologisch stellen, damit ihr dann auch wisst, wo, wann ich welches Magazin eingesammelt habe. Dazu ist wie immer die Map eingeblendet und der jeweilige Laufweg dazu. Das war es dann auch schon hier von mir. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg mitsammeln und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, über einen Daumen nach oben. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss bis zum nächsten Mal. Zusehen und tschüss. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.